Hallo, mein Name ist Wolfgang Schulz. Ich bin Jurist und habe auch Journalistik studiert. Am Hans-Brede-Institut befassen wir uns jetzt seit über 60 Jahren mit den Strukturen öffentlicher Kommunikation. Und in den letzten Jahren ist das Thema Internet dabei immer bedeutsamer geworden. Ich bin überzeugt, wir brauchen eine Forschung in diesem Bereich, die die Eigengesetzlichkeiten des Netzes in den Blick nimmt. Und deshalb begrüße ich es sehr, dass dieses Institut gegründet wird und wir haben uns entschlossen, mit ihm eng zu kooperieren. Mich interessieren vor allem die Strukturen der internetbasierten Kommunikation. Welche Folgen hat Regulierung für diese Kommunikation? Andersherum, wie wirken diese Strukturen auf die Regulierung? Wenn wir soziale Netzwerke betrachten, wie wird unser Verhalten dort geprägt? Sind es die rechtlichen Regeln, sind es die sozialen Normen, die sich dort herausbilden oder ist es die Softwarearchitektur, die entscheidend ist? Das sind die Fragen, die ich am Institut bearbeiten möchte. Meine Perspektive dabei ist die des Juristen, der sich für Regulierung interessiert. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit den anderen, die politikwissenschaftliche und Informatikperspektiven in diese Forschung mit einbringen. Und ich freue mich sehr auf den anderen, die politikwissenschaftliche und Informatikperspektiven in diese Forschung mit einbringen. Und ich freue mich sehr auf den anderen, die politikwissenschaftliche und Informatikperspektiven in diese Forschung mit einbringen. Eine spannende Produkte, diefahrung mit einbringen. Eine spannende Produkte will ich schon mal 떨